Die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen. So, tun wir mal aufhalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 zur Kampagne. Ja, wir sind jetzt bei dem dritten Teil der ersten Kampagne und sind jetzt, wie es scheint, in der Zentrale angekommen. Und ich bin mal gespannt, was heute auf uns zukommt. Also, lassen wir mal Cabin, Cabin, Cabin Finch weiterreden. Dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Wait. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich? Ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment. Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. So, erstes Gehege fertig. Dann kommen sie aber früh mit, dass sie ein neues Gehege bauen wollen. Aber kein Problem, kriegen wir schon alles hin. Kann ich mir einen anderen Weg aussuchen oder geht es nicht? Das machen wir jetzt hier. Jetzt kommt erstmal die erste Lieferung von Gefangenen-Kernotauern. Nein, kein Weg. Wir wollen jetzt erstmal alle Bäume im Gehege entfernen. Ich weiß nicht, wie die Kernotauern waren, aber ich glaube, die wollten es eher sandig. Jetzt kriegen die aber erstmal hier ein Wasser. Wir machen erstmal hier ein Wassergebiet rein. Hier vorne eine Ziege. Und ich bin mir echt nicht mehr sicher, was sie wollten. Ich glaube, irgendwie Sandy. Dass die eher so Sandy waren. Die Kernos. Ein paar Steine können ja nie schaden, ne? Saurier transportieren. Gott. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Das ist, wenn wir gehorgen sind, 80% sind. Ach, ernsthaft? Boah, wir sind schon im Überwachungspunkt. Ach was. Eine Straße hier direkt dran. Zack. Äh, wo ist... Aufgabe hinzufügen. Bitte. Einmal anschauen. Ich weiß nicht... ...wie der Status von den Kollegen ist. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Ich muss sagen, das Spiel schaut wahnsinnig gut aus. Ich habe jetzt noch ein anderes Spiel. Auch Dino-Zoo-mäßig. Das müsste man sich auch mal anschauen. Aber man muss... ...lassen. Jurassic World Evolution hat bis jetzt eigentlich fast nie... ...endlich überzeugt. Überzeugt. 400%. 100%? Ey, wie das denn? Ich habe ihm Sand gegeben. Boah, ich wusste noch was. Beute haben sie. Wasser haben sie gerade genug. Und Freiraum haben sie 100%. Ja, super. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich erstmal ausmachen, wer der Alpha ist, oder? Ah ne, er ist eigentlich der Alpha, aber wahrscheinlich... ...so ein bisschen Alpha-Gerangel. Gott, jetzt müssen wir kurz warten, bis die... Geht das schnell, wenn ich so mache? Schein so. Gut. Hallo. Boah, jetzt kommen die mit Alusauren daher. Ja, okay. Ähm, lass mich mal kurz gucken und überlegen. Ich hoffe, ich verspiele mir hier nicht was. Das könnte nicht das nächste Problem werden. Ähm. Wir bohren einfach jede... ...Ding jetzt mal mit Aussichtsplattformen. Ich fühle, dass man überall rumgehen kann am Ende. Strom. Ach, der ist noch gerade so. Ähm. Muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich hier das... ...hinkrieg noch einen Stromversorger am Ende. Äh, warte mal. X und den Brennen. Ja, das passt auch ganz gut. Das passt ganz gut. So. Dann haben wir für die Alusauren. Da bin ich mir auch wieder nicht ganz so sicher. Saurier transportieren. So, okay. Schauen wir mal, was der Alusaurus gleich uns sagt. Aber ich glaube, wir sind schon relativ... ...gut auf dem Weg. Ah, hier sieht man schon, wenn irgendwann anfängt die Textur... ...die Boxen nicht mehr herzustellen. Ähm, wir brauchen bitte einen... ...ich müsste die Hotkeys wieder wissen, ne? Aufkommen zuführen. Halt die Klappe. Du kleiner Alusaurus. Wir holen uns natürlich erstmal die gefährlichsten Viecher überhaupt. Alusaurus, Kernotaurus. Jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich noch so. T-Rex. Ich fahre irgendwie für ein Gully. Aber okay. Wenn man es aus der Perspektive sieht, wie sitzt oder was der Sinn hinter dem... ...den Ganzen ist, würde man natürlich nicht unbedingt die friedlichen Tiere einsperren, weil die für... ...in dem Fall die freie, äh... ...Dino-Welt für uns ja keine Gefahr darstellt, wirklich. Ah, schau mal, er schleicht sich an. Lass dich nie vom Alu... Wie nah kann man noch? Fehlender Wald. Fehlendes Wasser. So, er entdeckt gerade, dass er Wasser hat. Er entdeckt gerade, dass er Wald hat. Ich glaube, er wird sich ein anderes Gebiet aussuchen. Ich nehme hier noch den Seemittel erweitern. Ah, jetzt schauen wir gut aus. 7% Wasser haben wir aktuell. Freiraum noch 90%. Das ist ein gutes Ding. Der Wald ist gut dabei. Jetzt ist der Freiraum auch größer und das Wasser ist noch ein bisschen gestiegen. Essen. Ja, sind wir wieder gut dabei. Höhe. Das geht flott. Ich sag's euch. Das wird wieder eine easy Mission. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Story eher in dem Fall mehr gedacht ist als Tutorial quasi. Könnte natürlich auch gut sein, dass das eher so ein Tutorial-Ding ist. Hoppala. Aber für mich ist eine Story eine Story. Und sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Okay, okay. Mehr Wissenschaftler. Also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. So, kein Wissenschaft und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Medizinanlage. Und was wollen es noch? Ein Personalzentrum. Er ist jetzt relativ straight wieder gebaut, aber ich glaube, es gibt hier vielleicht sogar Sinn. Strom-Generator. Wenn dann platze ich hier noch einen schnell. Dann kann ich hier noch ein bisschen was abdecken, je nachdem wie ich baue. Gut, erledigt. Nächstes. Oh, ein betriebsbereites Expeditionszentrum. Wir könnten echt ein Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Ich würde hier mal ein bisschen anders bauen. Und erst hier so die Straße seitlich reinsetzen. Das ist wahrscheinlich so und die Verschwendung. Also in echt würdest du es wahrscheinlich nicht machen, weil die Straße so unnötig ist. Es schaut cooler aus. Obwohl, wenn es cooler ausschauen soll. Sind es jetzt eigentlich Besucher oder was seid ihr? Ihr habt alle derselbe T-Shirt an. Ich glaube nicht, dass ihr Besucher seid. Okay. So. Weise der Lebenfang-Expeditionskater und Sender ein Fernfang-Team aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. An Cliosaurin in der Nähe von Sonsulien gesichtet. Wissenschaftler. Ich muss wieder Personal einstellen. Warte mal. Ich brauche Wissenschaftler. Wissenschaftler. Gibt es mehr Wissenschaftler? Dich rekrutieren, wer du bist. Herzlich willkommen im Team. Ernsthaft? Nur so beschissenes Personal? Hi, der Witzker. Innen nehmen wir noch dazu. Jetzt seid ihr, bitte. Lass ich ran, ich kann da rein. Ich kann einen rein schenken. Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfang-Teams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als hundertprozentiger Gewinn. Okay. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern. Aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Och, come on. Und zwar ZZ. Ziemlich zügig. Dr. Durr. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit.